Lassen Sie mich 2. Petrus Kapitel 1 aufschlagen. Hier in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 2 heißt es, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Bevor ich weiterlese, will ich kurz einschieben, wie viele Leute heutzutage für Frieden beten. Junge, die Leute sind vom Leben gequält. Überall herrscht Krieg. So viele Menschen wollen einem die totale Zerstörung, den Untergang prophezeien. So viele Menschen sind komplett eingeschüchtert und beten für Frieden. Aber hier steht, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Gnade und Friede kommen nicht durch Gebet, sondern durch die Erkenntnis Gottes. Wer sich ein falsches Denken angewöhnt hat, hat auch mit falschen Emotionen zu kämpfen. Für einen vollkommenen Frieden muss man seinen Blick stets auf Gott gerichtet halten. Jesaja Kapitel 26, Vers 3 Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, den Frieden, weil es auf dich vertraut. Wenn ihnen der Frieden fehlt, dann nicht, weil sie einfach zu viele Probleme haben oder ihnen ihr Arzt, Anwalt oder Finanzberater eine Hiobsbotschaft verkündet hat. Nein, ihr Herz ist einfach nicht auf Gott ausgerichtet. Selbst wenn sie die Zeichen der Zeit sehen, die Kriege, die Erdbeben, die Seuchen, alles, was prophezeit worden ist. Der Herr selbst hat in Lukas Kapitel 21 gesagt, Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Wenn die Welt vor unseren Augen zugrunde geht, ist das ein Zeichen der Zeit, dass das Ende naht. Aber wer sein Denken hat erneuern lassen, der weiß, dass die Erlösung naht. Wer sein Herz auf Gott ausrichtet, sich vom Wort Gottes erneuern lässt, der wird verwandelt werden. Der hat nicht mehr mit derselben Angst zu kämpfen wie so viele andere Menschen, sondern der hat Grund zur Freude. Ich weiß, einige von Ihnen finden das total verrückt. Nein, das ist einfach die Wahrheit. Ich könnte hier zwar ins Detail gehen, aber lassen Sie mich noch einmal kurz über mein Erlebnis am 23. März 1968 reden. Gott offenbarte mir seine Liebe und von da an fand mein Leben erst einmal in einer Seifenblase statt. Ich war so auf Gott fokussiert, dass ich anderen Dingen gegenüber einfach komplett immun war. Und als ich 1969 eingezogen und nach Vietnam geschickt wurde, war ich so in den Herrn verliebt und ich kam sogar in lebensgefährliche Situation. Einmal wurde ich gerade gemeinsam mit dem Militärseelsorger per Hubschrauber evakuiert, als der gesamte Berg, auf dem wir waren, von feindlichen Streitkräften eingenommen wurde. Man konnte sehen, wie die Kugeln aus den Geschossen geflogen kamen. Der ganze Berg war einfach überrannt worden und ich rechnete damit zu sterben. Aber dennoch, ich hatte eine tiefe Freude, einen tiefen Frieden in mir. Um ehrlich zu sein, war ich beinahe schon aufgeregt, daran zu denken, dass ich Jesus noch am selben Tag vor mir sehen könnte. Ich betete sogar für unsere Angreifer. Gott, wenn mein Leben heute endet, dann weiß ich, wo ich hingehen werde. Aber was ist mit all den Menschen da unten? Also betete ich und bat um Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Einige von Ihnen denken vielleicht, dass das einfach nicht möglich ist. Vielleicht sind Sie in einer scheinbar ausweglosen Situation und meinen, es sei unmöglich, mit so einem Frieden zu leben. Ich sage es Ihnen, ich war schon in Situationen, schlimmer als Sie es vielleicht erlebt haben. Und ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, dass Ihnen der vollkommene Friede gewiss ist, wenn Sie Ihr Herz auf Gott gerichtet haben, ganz egal, was Sie Ihre Umstände auch sagen wollen. Wenn der Arzt Ihnen gesagt hat, dass Sie sterben werden, lesen Sie, was Paulus gesagt hat. Leben ist Christus und Sterben gewinnt, Philippa Kapitel 1. Wenn Sie dieselbe Gesinnung wie Jesus hätten, wenn Sie denken würden wie Paulus, wenn das Wort Gottes in Ihnen herrschen würde, dann hätten Sie keine so große Angst, Ihr Leben würde nicht komplett auseinanderfallen, auch wenn Sie eine erschreckende Diagnose erhalten. Sie würden immer noch Freude haben. In 2. Petrus Kapitel 1, Vers 2 heißt es, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Und in Vers 3 geht es weiter, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat. Wissen Sie, was das griechische Wort für alles bedeutet? Es bedeutet alles. Alles, was Sie brauchen, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Was auch immer Sie in Ihrem Leben brauchen, Sie brauchen unbedingt Erkenntnis. Und in Vers 4 geht es weiter, durch welche, also durch die Erkenntnis Gottes, er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. In der Erkenntnis Gottes haben wir diese Verheißung gewonnen, und die Bibel ist die Erkenntnis Gottes. Und genauso entfliehen wir dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Genauso können wir es schaffen, uns nicht an den derzeitigen Weltlauf anzupassen. Wenn Sie den guten, wohlgefälligen, unvollkommenen Willen Gottes in Ihrem Leben Wirklichkeit werden sehen wollen, dann müssen Sie zuallererst zu einem lebendigen Opfer werden. Aber der zweite Schritt ist genauso wichtig, und zwar müssen Sie sich durch die Erneuerung Ihres Verstandes verwandeln lassen. Und das geschieht durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die Erkenntnis Gottes. Alles, was zum Leben und Wandel in Gottesfurcht dient, wird uns durch diese Erkenntnis zuteilt, durch die Bibel. Wenn Sie krank sind, dann brauchen Sie nicht einfach noch eine Operation, oder dass irgendwer für Sie betet und mit den Händen über Ihrem Kopf herumfuchtelt. Sie brauchen die Erkenntnis Gottes. Die Erkenntnis Gottes wird Ihnen Heilung bringen. Junge, was für eine Erkenntnis. Sie brauchen eine Offenbarung vom Wort Gottes, denn es wird Ihnen Heilung bringen, Wohlstand, Freude und Frieden. Wissen Sie, ich hatte früher andauernd mit meinen Emotionen zu kämpfen. Meine Laune spielte ständig verrückt, wie ein Jojo auf und ab. Und dann stieß ich auf die Stelle in Galater Kapitel 5, wo es heißt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche gibt es kein Gesetz. Und auf einmal wurde mir klar, dass ich in meinem Geist all das schon hatte, Freude, Friede, alles, und zwar immer. Mir wurde offenbar, dass ich in meinem Geist immer voller Freude bin, ganz unabhängig von meiner Seele, meinen Umständen, ob ich beeindruckt, bedrückt oder unterdrückt bin. In meinem Geist preise ich den Herrn ohne Unterlass. Das zu verstehen, hat mein Leben verändert. Seit der Herr mir das gezeigt hat, habe ich mich kein einziges Mal mehr depressiv gefühlt. In 47 Jahren. Und in der Zeit ist eine ganze Menge passiert. Ich hatte mehr als einmal die Möglichkeit, mich niedergeschlagen zu fühlen. Aber in meinem Geist, da habe ich Liebe, Freude und Frieden, und zwar ohne Unterbrechung. Komplett, konstant, immer. Jedes Mal, wenn sie sich niedergeschlagen gefühlt haben, als sie aufgeben wollten und gesagt haben, Gott, wo bist du? In all diesen Momenten hat ihr von neuem geborener Geist die Gegenwart Gottes aufgesogen und all die positiven Emotionen genießen dürfen, die bei ihm zu finden sind. Diese Erkenntnis hat mich freigesetzt. Ich durfte verstehen, dass mein Geist immer mit Gott im Einklang ist. Ganz egal, was meine Emotionen gerade anstellen. Also kann ich mich einfach dafür entscheiden, im Geist zu wandeln und mich danach auszurichten, wer ich im Geist bin. Wissen Sie, als man mir damals sagte, dass mein Sohn gestorben war, kamen sofort all die schlimmen Gefühle, die jeden in meiner Situation überwältigen würden. Aber ich war mir der Wahrheit bewusst. Es war die Erkenntnis Gottes, die mir dabei half, nicht einfach vollkommen in Trauer und Schmerz zusammenzubrechen. Ich entschied mich sofort, den Herrn zu preisen, und Gott berührte mein Herz. Mein Sohn, der zu diesem Zeitpunkt schon seit beinahe fünf Stunden für tot erklärt worden war, wurde wieder lebendig, richtete sich auf und begann zu reden. Gott stellte ihn wieder vollkommen her. Keine Hirnschäden, alles wieder beim Alten, preist den Herrn. Ich sage es Ihnen, das ist ein übernatürliches Wunder, und das, weil das Wort Gottes mich verwandelt hat. Genau darum geht es hier in Römer Kapitel 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Es ist essentiell, dass wir unseren Sinn vom Wort Gottes erneuern lassen und an einen Punkt gelangen, an dem unser komplettes Leben, all unsere Handlungen auf dem basieren, was Gott sagt. Das ist genauso wichtig, wie ihm ein lebendiges Opfer zu sein. Das eine geht nicht ohne das andere. Beides muss geschehen, sodass sie den wohlgefälligen, unvollkommenen Willen Gottes in ihrem Leben wahr werden sehen können. Und ich glaube, Gott war es, der sie heute dazu bewegt hat, diese Sendung einzuschalten. Ich glaube, Gott spricht zu einigen von ihnen ganz direkt und sie haben die Möglichkeit, ganz konkret auf ihn einzugehen. Ich möchte sie also ermutigen, diese Erkenntnisse zu empfangen und Gott zu ihrem Herzen reden zu lassen, sodass er ihren Verstand erneuern kann. Es wird einen Unterschied machen. Und ich glaube,